Und deswegen ist der GSB18V150 der stärkste 18V Schlagbohrschrauber, den Bosch je gebaut hat. 13 mm Vollmetall-Bohrfutter, kraftvoller Bosch Bi-Turbo-Motor, das Ganze natürlich Brushless. Gott sei Dank eine zuschaltbare Kickback-Control zur Vorbeugung von Verletzungen beim Blockieren, zusätzlich technische Spielereien, Electronic Angle Detection zur automatischen Winkelerkennung beim Schrauben und Bohren, sowie Bluetooth-Connectivity mit der Smartphone-App, 150 Nm Drehmoment im harten und satte 84 Nm im weichen Schraubfall. Dazu 25 Drehmoment-Einstellungen mit drei Einstellungen zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren. Bis zu 550 Umdrehungen im ersten und bis zu 2200 Umdrehungen pro Minute im zweiten Gang. Das Ganze bei knackigen 1,88 kg ohne Akku. Das hier ist also bislang der stärkste 18V Schlagbohrschrauber von Bosch. Durch den brutalen Bi-Turbo-Motor vernascht der Schrauber unser Kiefernholzstück mit dem 60 mm Forstner-Bohrer komplett. Der rote Backsteinziegel wird im Schlagbohrmodus mit einem frischen 12er Scheinbohrer pulverisiert. Auch die 8x400er Schrauben gehen durch wie Ronaldinho gegen Madrid in der Saison 05-06.